Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Interferenz Woche 8, gleich Eres Morn, der Dialog mit mir. Mal schauen, was er mir sagt. Das ist ja, was soll ich hier sagen? Genau, es gibt, glaube ich, zehn Lores hier, die man abholen kann mit der Story und das ist halt, wie gesagt, die achte Lore und dann müssen wir uns zweimal noch ran und dann ist man eigentlich damit durch. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Dieses Wort ist gebunden an Schöpfung, aber wird hier als Falschheit dargestellt. Eher wie ungeboren. Man sagt, Hüter werden durch das Licht geboren, aber manchmal gerate ich ins Grübeln. Die Wahl des erneuten Lebens war nicht unsere. Okay. So, mal gucken, was sie noch zu sagen hat. Ob das jetzt immer das gleiche ist, weiß ich gar nicht. Ich bin schon abgeschlossen. Ähm, neue Lore entdeckt. Ungeboren. Genau. Das hier ist etwas Merkwürdiges. Ein linguistisches Nicken. Ein Jahr. Die Dunkelheit drängt uns, unseren Weg weiter zu verfolgen. Scheinbar hält sie sich selbst für unterstützend. Seltsam. Gut, so viel war das diese Woche jetzt eigentlich nicht. Ich gucke uns noch die Lore mal eben an. Muss ich erstmal durchfinden. Wo sind denn da unten? Lore. Und dann ganz unten. Ne, doch nicht. Da ist es. Ach, 14 Stück. Okay. Geschichten gesammelt. 14 Stück muss man sammeln. Okay, sorry. Nicht 10, sondern 14. Ja, auch vorher sehen können. Das ist einmal hier ungeboren. Kann man hier mit Dreieck einmal anschauen, die Story. Haben sich ordentlich Mühe gegeben. Wie gesagt, bitte selber stoppen und selber lesen. Vorlesen werde ich jetzt nicht. Das wäre jetzt ein bisschen viel. Ich stoppe mal eben immer. So, wie gesagt, alles Geschichte, alles Geschichte. Haben sie auch ordentlich Mühe mitgegeben, hier zu schreiben. Natürlich. Aber wie gesagt, vorlesen tue ich es jetzt nicht. So, das war jetzt die Lore diese Woche. Der Dialog diese Woche. Und es gibt 14 Stück. Und keine 10, was ich gesagt habe. War leider falsch. Aber läuft auch trotzdem so. Und ich wünsche dir noch viel Spaß bei Destiny 2. Und spielt die Interferenz. Gibt es auch so Spitzenausrüstung. Deswegen passt das schon. So, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.